Ousmane Mané, vor ein paar Jahren noch als Flüchtling aus Gambia nach Deutschland gekommen, schießt Werder Bremen zum 2-1-Sieg gegen Bayer Leverkusen. Gut Kick an euch Leute da draußen! Diskutiert heute gerne mit, natürlich unter dem Video in den Kommentaren und auf Twitter mit dem Hashtag 90plusX. So, die Elfer Deppen aus Gladbach, ist wirklich hart formuliert, trifft aber zu. Die Borussia hat gegen den Hamburger SV zwei Strafstöße versemmelt. Erst André Hahn und später dann noch Kapitän Lars Stindl. So ein Spiel gibt's wahrscheinlich nur einmal in zehn Jahren. Das hat Frohlen-Trainer André Schubert dazu gesagt. Und ich hab's ehrlich gesagt gefeiert. Am Ende also ein 0-0-Unentschieden und der HSV darf jetzt jubeln. Man ist nämlich nichts mehr auf dem letzten Tabellenplatz. Beim FC Bayern hängt der Haussegen schief. Zum dritten Mal in Folge nicht gewonnen. Dieses Mal eben nur ein 2-2 bei der Eintracht in Frankfurt. Jetzt hat sich sogar Boss Karl-Heinz Rummenigge zu Wort gemeldet. Zitat. Das war nicht des FC Bayern würdig. Er kritisiert die Einstellung der Mannschaft, weil sich einige Spieler dachten, ach komm, Frankfurt hauen wir doch sowieso weg, die werden ihre weiße Fahne hissen. Aus den letzten Jahren hat man eine Sache gelernt. Sollte sich Rummenigge zu Wort melden, läuft was gehörig falsch. Und jetzt ist eben die Frage, wo ist die Dominanz aus den vergangenen Jahren hin? In Überzahlen sind die Bayern in die eigene Hälfte, sogar in den eigenen Strafraum gedrängt worden. Wann habt ihr das denn bitte zum letzten Mal gesehen? Was meint ihr? Wer ist schuld? Ist es die Mannschaft oder dann Trochtrainer Carlo Ancelotti? Klar, wir sprechen hier noch von keiner Krise oder so, aber es brückelt ein bisschen bei den Bayern. Der Bayern Jäger Nummer 1 ist, ich glaub's gar nicht, dass ich das jetzt sage, der 1. FC Köln. Mit 2 zu 1 haben die Kölner gegen den FC Ingolstadt gewonnen und damit ist jetzt Anthony Modest der Top-Torjäger in der Bundesliga. Die ganze Stadt bangt mit und vor allem um ihn. Am Dienstag verletzte er sich nämlich am Sprunggelenk und wurde vom Platz getragen. Die Fans hofften, bitte hat er sich nicht zu schwer verletzt und die Antwort gab's jetzt am Samstag. Zwei Tore von Modest, früher ein Chancentod, jetzt ein absoluter Torjäger. Wow, was für ein Märchen! Ousmane Manet, von ein paar Jahren noch als Flüchtling aus Gambia nach Deutschland gekommen, schießt Werder Bremen zum 2 zu 1 Sieg gegen Bayer Leverkusen. Ihr müsst euch das mal auf der Zunge zergehen lassen. Der Junge ist 19 Jahre alt, eine Entdeckung von Trainer Alexander Nouri. Und nicht nur im Sturm ist Manet gut, nein, er macht die langen Wege, um auch in der Defensive zu helfen. Er kämpft für sein Team und das siehst du in jeder einzelnen Sekunde. Klar, Manet hat auch einige Chancen nicht reingemacht, aber hey, er ist noch jung und kann sehr, sehr viel lernen. Eins steht fest, er nutzt auf jeden Fall seine Chance. Claudio Pizarro ist verletzt, genauso Max Kruse. Und ich sag euch eins, die Top-Spieler müssen erstmal an diesem Shootingstar wieder vorbeikommen. Und da sind wir schon bei den Verletzungssorgen. Drei Youngster haben sich am Wochenende verletzt. Serge Gnabry hat sich eine Wirbelprellung im Rücken zugezogen. Das ist jetzt keine schwere Verletzung, aber er braucht jetzt doch erstmal eine Pause. Deutlich schlimmer sieht es für den Schalker Breel Embolo aus. Für ihn könnte die Saison sogar schon vorbei sein. Beim 1 zu 1 Unentschied in Augsburg hat er sich das Wadenbein gebrochen und dazu ist auch das Innenband gerissen. Also ziemlich heftig. Der Junge wurde bereits operiert und fällt mindestens vier bis sechs Monate aus. Gestern hat es dann auch noch Marcel Sabica von RB Leipzig erwischt. Er hat einen Schlag auf den rechten Knöchel abbekommen und das Sprunggelenk ist auf jeden Fall angeschlagen bzw. verletzt. Mehr Infos gibt es bis jetzt noch nicht. Ich halte euch da auf dem Laufenden. Gute Besserung an alle! Den Preis bekommt dieses Mal der härter Torhüter Röne Jastein. Der Norweger hat im Topspiel bei Borussia Dortmund einen Elfmeter gehalten, wobei, das war noch gar nicht mal seine größte Parade. Im 1 gegen 1 Duell gegen Aubameyang machte er sich nämlich ziemlich groß und hielt einen fast unhalbbein Lupfer. Da frage ich mich natürlich als ehemaliger Torhüter, wie hält man denn so ein geiles Ding bitte? Und die Antwort ist ziemlich simpel und zwar Vorbereitungen. Im Interview hat er nämlich gesagt, ich habe mir das vorher angeschaut, in solchen Situationen will Aubameyang den Ball immer chippen. Ja, smart und am Ende hat Jastein der Hertha einen Punkt gerettet. Der Endstand 1 zu 1. Ne neue Rubrik heute, die Social-Media-Hits bzw. der Hit des Wochenendes. Auch da bleiben wir bei Borussia Dortmund gegen Hertha BSC. 11 Grad hatte es am Freitagabend im Signal Iduna Park, für Usman Dembele zu kalt, als er auf der Bank saß. Ich freue mich auf das Bild, wenn es dann irgendwann minus 11 Grad haben wird. Nicht nur Mario Gomez spielt beim VfL Wolfsburg wie eine Flasche leer. Bis jetzt hat er ja noch kein einziges Tor geschossen und das sind keine Ahnung wie viele Minuten. Ähnlich schlimm sieht es bei Julian Draxler aus. Kein Tor, keine Vorlage, eine absolute Nullnummer von ihm. Vor der Saison gab sie diesen riesengroßen Stress, weil er unbedingt weg wollte. Mit so einer Leistung empfiehlst du dich aber nicht bei Top-Teams, die eine Ausstiegsklausel von wahrscheinlich 110 Millionen Euro zahlen müssten. Dieses Mal hat der VfL Wolfsburg also mit 0 zu 1 zu Hause gegen RB Leipzig verloren. Über viele Ergebnisse haben wir ja schon gesprochen, hier noch die übrigen. 18,99 Hoffenheim, SC Freiburg 2 zu 1 und Mainz 05 Darmstadt 98 auch hier ein 2 zu 1. Langsam ist die Tabelle repräsentativ. Schauen wir mal kurz drauf. Die große Überraschung ist eigentlich direkt hinter dem FC Bayern. Auf Platz 2 der 1. FC Köln und auf Rang 3 ist RB Leipzig. Wie geil ist das denn, oder? Da wird also die Bundesliga kräftig mal durchgemischt. Ganz hinten sind dann noch Schalke, der Hamburger SV und der FC Ingolstadt. Also bitte Leute, wer hätte das denn bitte vor der Saison so getippt? So, jetzt also nochmal von meiner Seite ein riesen Dank an euch. Die 2000 Abos sind geknackt. Wir sind im letzten Jahr einen unglaublichen Weg gegangen. Und mir ist jetzt wichtig zu wissen, was ihr wollt. Was soll denn in Zukunft verstärkt auf diesem Kanal erscheinen? Mehr News, Bundesliga-Highlights, FIFA 17 Spieltag-Vorschau, Bundesliga-Live-Reactions und und und. Schreibt doch gerne mal eure Wünsche in die Kommentare. Dann richte ich eine Umfrage, würde ich jetzt einfach mal sagen, mit einigen Ideen von euch ein. Und ihr könnt dann abstimmen. Mir ist wichtig, ihr sollt Spaß auf dem Kanal haben und ich will Spaß auf dem Kanal haben. Von daher würde ich sagen, bleibt am Ball, ja? Indem ihr auch den Kanal abonniert. Anders funktioniert das ja gar nicht. Wir sehen uns am Mittwoch wieder, dann gibt es eine ganz besondere Trikot-Review. Bis dahin wünsche ich euch gut Kick und ciao. Hui. Und bis Liga. Also, wir sehen uns am Garten. Gur. Vielen Dank.